So, die Polizei hat uns gesagt, wir dürfen nicht vom The River to the Sea aufrufen. Aber wir sagen der, wir werden das machen. Und wir werden vom The River to the Sea und für ein vollständiges, befreites Palästina aufrufen, bis wir nach unserer Heimat rückkehren. Von The River to the Sea, Palestine with the Free. Emanu al Meyel al Meyel, Palestine Arabiya. Emanu al Meyel al Meyel, Palestine al Meyel. Baykaat Israel, talk of Israel. Baykaat Israel, talk of Israel. Von The River to the Sea, Palestine with the Free. Von der Riefer zu der See, Balastain wird frei. Wir hatten heute eine Kundgebung israelkritischer Natur mit insgesamt 40 Teilnehmenden in der Spitze. Die ist jetzt vor kurzem aufgelöst worden, weil es diverse Auflagenverstütze gab. Es wurde unter anderem From the River to the Sea, Palestine will be free skandiert. Und daraufhin haben wir dann eine Person erstmal vorläufig in ihrer Freiheit beschränkt. Daraufhin gab es Solidarisierungseffekte und dem Versammlungsleiter wurde mitgeteilt, dass er diese Kundgebung aufzulösen hat. Er hat gesagt, das wird er weitergeben, will dem nachkommen. Das hat er nicht geschafft. Letztendlich haben wir die Kundgebung dann aufgelöst und im Nachgang jetzt mindestens bei insgesamt fünf Personen die Personalien festgestellt. Und dann wird jetzt entschieden, was mit diesen Personen passiert. Es wird mindestens Verstöße geben gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz.